In Anerkennung der um Volk und Staat erworbenen besonderen Verdienste verleihe ich Herrn Josef Hinkel Düsseldorf die Verdienstmedaille des Verdienstordnens der Bundesrepublik Deutschland. Berlin, den 6. Mai 2018, der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. So, mein Lieber. Applaus Ich darf da reinstechen, bitte. Hier wollte ich immer schon mal, boah. Das ist auch wirklich, das ist auch ein wirklich festen Zwirn. So. Gut, mein Lieber. So, und wo ist die Nicole? Das ist auch mächtig stolz auf die Josef, oder? So, in den nicht ganz unbekannten Farben in dieser Stadt, ne? Dankeschön. Dann nehmen wir das Fuß. Das Fuß. Mal. Danke.